Guck, dann machen wir doch was entspannendes machen wir jetzt mal Forest. Das wird uns jetzt vorkommen wie ein Babyspielchen. Ja, sagst du so. Ach, guck mal die Natur, Vogelswitschern. Und Sumi ist wieder der Übungsball gewesen. Guck, 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 guck. Ach, das soll ich wahren. Wäre doch direkt ein Hol in Bonn gewesen, normalerweise. Komm, dann hier aber. Natürlich. Wer klitzert denn hier noch so? Das ist immer noch so. Die glittern auch aus dem Loch, aber doch, doch, das wird noch was. Das habe ich jetzt nicht gehört. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Die glittern aus dem Loch, ey. Alter, falle. Es ist, es ist, es war wahr. Dabei hat ja noch nicht mal jemand getriggert. Nein, es war wahr. Ja, war. Ach je, ach, jetzt kommt wieder. Und Schuss. Oh, nee, ich bin schon auf der nächsten Bahn. Kannst du erwarten. Ich bin so doof. Hi, Mophu. Ja. Ja. Ja, Doppelboogie. Kann man auch so einer Bahn mal machen. Ja. Gut, dass das hier alles so leicht ist. Ach. Cheat'n Kram. Das ist egal, auf das Loch stürzen. Außer Mophu. Mag nicht so. Mophu spielt immer erst mit dem Loch, wie so eine Katze mit der Maus. Ja. Und umkreisen. Ey, das lenkt mich so. Ach, ja. Oh, schüttel. Den hat er gerade nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Hallo? Oh, zu weit. Ach, Mann. Drehst du mich das schon wieder auf? Und noch so deine was. Guck mal, da. Hui. Man muss sich auch mal was trauen. Guck mal, unter Wasser sieht man bei Außerwärter noch, wie es hätte. Das macht das eh noch, mich siehst gerade. Okay, vergess, was ich gesagt habe. Aber unter Wasser sieht man. Sieht man die Nocken besser. Seid ihr schon alle da? Ja. Ja. Wir haben alle etwas mehr Kraft in den Armen. Mir doch egal. Und? 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 Oh, passt. Ah, Schwein gehabt. Hui. Oh, das war da. Das war doch wieder. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh. Das war doch. Ich bin, 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 bin. Ey, wie soll denn das? Bitte einfach noch eine Runde mit Lia. Oh, Mann. Jetzt verlässt mich die Kraft. Switscher, switscher. Blup. Blup. Polen waren wohl in den Blüten doch viermal hohen den Mann und die Bündnis er hat das wieder an einen anderen da erinner ich mich auch okay schießt nicht ein Stück weiter aber nicht nein das ist falsch Wo schiebst du mich hin? Ich habe Déjà-vu gerade mit Summi. Oh mein Gott, ey. Immer im Kreis, immer rum, immer rum. Drehwurm. Ach, du Gas, Junge. Hallo. Ja, so geht's auch. Ach, Strand vorbei. Wie immer. Ja. Hä? Ich feile gar nicht. Du liegst da in der Ecke rum. Ja, aber ich lag so doll in der Ecke, dass ich... Oh, was ist denn das, ey? Nur drei Schläge. Dabei bin ich so gut gestartet. Mann. Mofel auch. Mofel hat auch die Bahn ein bisschen versaut gerade. Oh. Okay. Ach, das wieder. Ah, ich erinnere mich. Ah, ich erinnere mich sehr gerne. Pfff. 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 die wilde fahrt wie ab ja wenn man ein risiko spielt und was hier solche Ah, knapp dran vorbei. Nö, nicht wieder zurück. Ach, das kann man nicht so... Kommt wie ein Gedacke. Boah, aber immer noch vor mir, Achtung. Hier sieht voll nach Zitrone aus, Ed. Sieht voll nach Zitrone. Oh, verdammt. Was war das denn? Glitzer, glitzer, kleiner Stern. Wenn ich nach Ziel strebe ich in das falsche Loch. Das kann vorkommen. Jetzt lässt er mich schon wieder herunterladen, Blöder! Nein, ich dachte nicht. Ich. Ach, ja. So ein Einhornbällchen hört es mich leicht. Und du bist zurück! Das lässt mich doch am Arsch, ey. Ja, jetzt kann es sich dann doch nie mehr zurückhalten. Der Fluchfilter, der hört... Okay, jetzt das richtige Loch treffen. Ja, hinten rechts nur. Oh, jetzt habe ich... Nein, das ist ein falsches Loch! Oh, das Glück. Schmeingeabfüße! Jesus! Ha! 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 Ah, ja, ja. Ähm. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, klar. Ja, ich kann den Schlag ja auch nochmal machen, ne. Das ist auch gerade ein scheiß Winkel hier. Das ist ja kein Problem. So bleibt man in Übungen, ne. Ah! Ach, du bist... Ich habe mal die andere Seite genommen. Nein, nein, nein. Komm schon, jetzt mach doch nicht wieder hier, Robert. Hm. Ich glaube das überhaupt gar nicht. Und wieder alles versorgt. Und... Ja. Fahr von einer Seite rein, Tummi. Ha! Ich versuch's ja. Oh! Ja, das Horn ist jetzt... Das... Ist ein bisschen im Weg. Ha! Ha! Das hat nicht ganz ruhig gepasst. Ha! Ha! Ah! Das ist wieder... Oh je! Und... Ich... Nicht weiter. Äh... Ah, schon mal mit der Tränz und Linie, schon mal... Jo... Ja, das soll ich letztes Mal auch. Die Errungenschaft ist eingeschaltet. Und... Und... Ja, dann hast du so und zu viel... Löcher im... Als Paar geschafft. Also, genau wie gefordert. Ok. Wie viele, weiß ich nicht, aber... Oh, oh. Das wird hart. Nein, 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 oh! Knapp dran vorbei. Aber so ist gar nicht mal so schlecht, jetzt kannst du da rein. Geht hier rein. Ganz sämlich gegen die Kiste und dann... Ja, oder so, krass. Das geht. Von hier aus geht's. Ja! Oh, das wird Lust. Ja, natürlich, warum nicht gegen die Kreissäge? Yay! Wie war das, was soll schon passieren? Ja, hüüüü. Hüüüü. Boah! Tee. Boah, der fliegt doch viel zu... Ich komm doch gar nicht in die Röhre rein. Oh, da muss ich doch voll Gas. Ähm, nicht ganz, glaub ich. Nee. Oh, Alex voll überkugelt hier. Falk. Nee, das ist immer noch zu viel. Mann, 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 Mann. Also da musst du nicht ganz so viel. Da reicht eigentlich ein bisschen, dann wenn Schwung kriegt das Band lang. Ja, aber das habe ich jetzt mehrmals versuchen, bin immer über das Ding hinaus geflogen. Äh. Jetzt, jetzt. Äh, nein! Hm? Jawoll! Ich komm da immer ganz beschissen in dieses Ding rein. Oh! Oh, oh! Jetzt, ah, endlich! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Weus. Wouter, we離, weổi, w Claudio, wouter, 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 wouter. Wir geh schnell da rein. Oh! Oh mein Gott! Jetzt kommt ein gutes Schuss. Ja! Ja, komm, lass mich mal in Ruhe hier hin. Wenn ich... hat da hat er dort A den Blitzen noch nicht so mit die Erlebnisse einmal erster Spanien in der Art der Einfluss war Kupfer für Prozent Prozent